Wir haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von Ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Ja, Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy, Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen, sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf! Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Äh, ja, Professor. Sie kann ja kitzeln oder was? Ja, du kannst an Gerald eben. Achte bloß auf seine Zunge. Haha.